Mehr als 27 Monate führt Russland Krieg gegen die Ukraine und wir wollen uns auch heute die militärische Lage im Land ansehen. Mein Name ist Julian Röpke und Sie sehen das Bild Lagezentrum. Und wir wollen beginnen mit Bildern aus Russland, aus dem Westen Russlands. Dort hat die Ukraine heute morgen einmal mehr russische Öl- und Gasanlagen angegriffen. Wir schauen uns zuerst Bilder an aus Nowoschachtinsk, einer Stadt in der Region Krasnodar. Und wir sehen, wie hier eine Raffinerie dort brennt. Angeblich 15 Stockwerke hoch sollen die Flammen heute morgen gestanden haben. Wir haben verschiedene Augenzeugen sozusagen, verschiedene russische Leute, die vorbeigefahren sind und eben die Feuer gefilmt haben. Das Ganze soll ein ziemliches Entferno gewesen sein. Auch der Gouverneur der Region hat bestätigt, dass hier auf 100 x 100 Metern diese Raffinerie Feuer gefangen hat. Angeblich erneut aufgrund eines ukrainischen Drohnenangriffs. Und wir wissen ja, seit einigen Monaten versucht die ukrainische Armee eben gezielt mit eigenen Waffen, hier sehen wir nochmal, wie hoch die Flammen schlagen, wie gesagt 15 Stockwerke angeblich, mit eigenen Waffen, mit eigenen Drohnen eben russische Gas- und Ölanlagen anzugreifen. Und wir sehen, wie dieses Feuer hier über weiter Entfernung zu sehen war. Nicht nur in Nowoschachtinsk, sondern auch in Belgorod soll ein Öldepot gebrannt haben. Davon gibt es jetzt noch keine Aufnahmen. Aber auch das wird heute morgen von russischen Medien berichtet, die also sagen, mindestens zwei Orte in zwei Regionen wurden von der Ukraine eben angegriffen. Einmal mehr, um Putins Kriegswirtschaft zu schwächen, nämlich eben Öl und Gas. Nämlich damit, wo er am meisten Geld natürlich verdient, auch mit dem Export von raffinerierten Öl, in dem Fall also Benzin oder Diesel oder Flugbenzin, dass diese Industrien eben angegriffen werden. Wir wollen aber natürlich auch in die Ukraine schauen, wollen schauen in die Region Charkiv und fangen dort an mit der Schlacht um Wawchansk. Erst einmal gucken wir genau in die Stadt hinein. Und dann schauen wir aber auch, was das Ganze eben strategisch bedeutet für die Situation dort. Und wir beginnen mit Aufnahmen aus dem Süden von Wawchansk, die uns zeigen, dass hier bereits große Zerstörungen angerichtet sind. Wir sehen hier einen Hamvi, einen von den USA gelieferten Hamvi, der sich durch die zerstörten Gegenden des Südens bewegt. Aber immerhin kann der sich noch bewegen. Denn die Ukrainer, das wissen wir, können aktuell nur noch im Süden der Stadt eben Fahrzeuge einsetzen. Also Militärfahrzeuge, die sie aus dem Westen bekommen haben oder selbst gebaut haben. Im Norden der Stadt, und das werden wir gleich sehen, ist ein Vormarsch nur noch zu Fuß möglich. Nichtsdestotrotz, wir sehen hier diese massive Zerstörung. Eigentlich fast jedes Haus links und rechts der Straße wurde bereits von einer russischen Granate getroffen, weil die Russen eben wirklich sicher gehen wollen. Auch das schauen wir uns gleich an, dass die Ukrainer keine Möglichkeit haben, sich weiter vorzubewegen. Hier vorne sehen wir jetzt ein erstes großes Haus. Und dieses große Haus zeigt uns, dass wir uns der Wawchansk, also dem kleinen Fluss zwischen Nord- und Südwawchansk nähern. Und über dieses, ja, dieses Haus ist quasi das allerletzte, was auch schon russische Treffer abgekriegt hat. Wir sehen das da oben ganz gut. Das hatten wir uns auch in einigen Videos angesehen, dass hier Flugbomben, Gleitbomben raufgeflogen sind. Dieses Haus ist das letzte, was noch im Süden eben funktioniert. Jetzt sehen wir, wie ukrainische Soldaten sich fortbewegen im Norden der Stadt. Und das müssen wir natürlich pixeln. Aber man sieht es immer wieder, dass ihr Weg in den Norden hinein, denn sie versuchen ja hier seit einigen Wochen vorzudringen, dass der von russischen Toten gepflastert ist. Es ist tatsächlich so, dass Hunderte, vielleicht Tausende russische Soldaten in Wawchansk bereits gefallen sind in den vier Wochen. Gerade aktuell gab es hier eine Information heute eines russischen Soldaten, der gefangen wurde, der gesagt hat, von unseren 2000 Mann, von unserem Angriffsregiment sind 90 Prozent gefallen oder verwundet worden. Das heißt, nur etwa 200 Mann gibt es davon noch, die gefangen genommen wurden oder sich wieder zurückziehen konnten. Wir sehen hier, wie ukrainische Soldaten in Wawchansk, einen weiteren Russen eben gefangen nehmen. Es gibt wohl das Phänomen, dass einige von denen sich aktuell ergeben. Wir haben auch in den letzten Tagen einige gesehen, die ihre Arme hochgehoben haben und gesagt haben, so geht es einfach nicht weiter. Ich ergebe mich jetzt lieber, als dass ich hier im Wawchansk sterbe. Aber wir müssen auch das Ganze in Perspektive sehen und das machen wir gleich und die Frage stellen, ist das vielleicht der Plan des Kreml? Ist das vielleicht Putins Plan, dass man im Wawchansk tausende Männer opfert und verliert vielleicht sogar die Schlacht am Ende und dafür eben woanders an anderen Stellen der Ukraine vordringt? Wir sehen also hier, wie der Gefangene jetzt hier abgeführt wird von den ukrainischen Soldaten, wie die sich wieder zurückziehen in den Süden. Und was wir jetzt sehen, sind ganz interessante Aufnahmen, die uns auch die deutsche Beteiligung an der ukrainischen Verteidigung von Wawchansk eben zeigen und die uns einmal mehr zeigen, wie wichtig es eben ist, was Deutschland dort liefert. Wie eben schon gesagt, gibt es die Wawchansk in der Mitte von Wawchansk, die diesen gesamten Ort eben von in einen Nord- und einen Südteil teilt. Und dieser kleine Fluss ist eben ja so gelegen, dass die Ukrainer immer wieder Brücken brauchen, um darüber zu kommen. Und wir sehen hier eine dieser Brücken. Und das hier ist ein Brückenlegepanzer vom Typ Biber, was man hier relativ gut sieht, denn dieser wird von einer Lancet-Drohne der russischen Armee angegriffen. Wir sehen also, dass der sich positioniert hat, dass er eben jetzt hier die Brücke gelegt hat über die Wawcha. Und wir sehen immer wieder, wie die Russen diesen Biber angreifen aus verschiedenen Perspektiven und auch bei Tag und bei Nacht. Denn natürlich ist so eine Brücke relativ schwer zu zerstören, wenn sie erstmal einmal aufgebaut ist. Hier sehen wir es nochmal relativ gut. Also die kleine Wawcha hier, die eben den nördlichen Teil hier von Wawchansk und den südlichen hier eben voneinander trennt. Und immer wieder sehen wir die russischen Angriffe auf diese Übergänge. Die eigentlichen Brücken hat Russlands bereits zerstört. Deshalb eben können die Ukrainer sich nur südlich davon mit Fahrzeugen bewegen, im Norden nicht mehr. Allerdings ist es eben immer wieder so, wir sehen es, dass andauernd weitere Angriffe auf diese Behelfsbrücken, eben Behelfsbrücken, die aus Deutschland eben auch stammen, die vom Biber dort aufgebaut wurden beispielsweise, ja, dass diese Angriffe immer wieder geflogen werden. Wir wollen uns auch einmal mehr ansehen, wie Wawchansk jetzt aussieht und wie es noch vor kurzem aussah. Denn wir dürfen nicht vergessen, die Stadt hatte eine sehr interessante Geschichte eigentlich über die letzten Jahre. Nämlich genau beim Beginn der russischen Invasion haben russische Truppen Wawchansk schon einmal erobert. Dort wurde man allerdings im September 2022 vertrieben. Und wir sehen jetzt hier die erste Befreiung von Wawchansk. Und wir sehen auch ganz interessant, hier stehen noch alle Gebäude. Hier wurde also nichts zerstört. Hier hat kaum, es hat kaum Gewalt gebraucht, weil zum einen die Russen erst mal sehr plötzlich in die Stadt gekommen sind. Die liegt ja nur fünf Kilometer an der Grenze. Und die Ukrainer dann fast ohne große Gewalt die Stadt befreien konnten, als die Russen verdrängt wurden. Wir sehen auch die Leute, die sich hier freuen, dass sie wieder unter ukrainischer Kontrolle stehen. Wir sehen die Menschen, die sich hier bewegen. Und das sind ganz einzigartige Bilder eigentlich, die man nicht vergessen darf, wenn man sieht, dass Russland ja erst am 10. Mai angegriffen hat. Auch dieses hier, ich liebe Wawchansk im Zentrum der Stadt, auch das hier ja aufgestellt, eine große Markthalle. Und jetzt sehen wir uns die Stadt jetzt an. Und wie gesagt, das sind nicht zweieinhalb Jahre Krieg fast, die hier gewütet haben, sondern es sind vier Wochen russischer Angriffe. Und nach vier Wochen sieht die Stadt mittlerweile so aus. Das heißt, sie ist komplett entvölkert, sie ist komplett zerstört. Und das, was wir eben noch gesehen haben, diese Markthalle beispielsweise im Zentrum auch nur noch ein Ruinenfeld. Also das Ganze wirklich Aufnahmen, die einmal mehr zeigen, was Russland bereit ist eben zu machen, um diesen Krieg zu gewinnen, um, wie Sie ja sagen, zu befreien, die Ukraine von wem oder was auch immer, vor allem von ihren Einwohnern, so sieht es aus. Und das ist eben das Ergebnis von nur vier Wochen massiver russischer Angriffe. Und wir sehen hier einmal mehr das Zentrum. Und da übrigens die Markthalle, die wir eben gesehen haben, mit dem Ich liebe Wawchansk-Schild davor. Das ist diese Halle, so sieht die aktuell aus. Damals, ja, haben da Leute eingekauft. Bis zum 9. Mai war das so. Da haben tausende Menschen noch in Wawchansk gelebt. Etwa nur die Hälfte ist vorher geflüchtet, der 19.000 Einwohner. Und so sieht die Stadt jetzt aus. Das heißt, komplett zerstört. Und die Frage ist natürlich, ja, warum macht Putin das? Also warum greift man diese Stadt so sehr an? Warum verliert man dort so viele eigene Menschen? Einige Leute glauben, es ist der große Angriff auf Rakiv. Man versucht nur, diese Stadt als erstes zu nehmen, um dann weiterzugehen, um in den Süden zu gehen, um die Metropole Rakiv mit über einer Million Einwohner zu erobern. Und manche glauben auch, hier wird nur eine Pufferzone aufgestellt. Das heißt, man möchte die ersten Kilometer entlang der Grenze eben, während wir hier sehen, wie sich ukrainische Einheiten bewegen, man möchte die ersten Kilometer der Grenze eben erobern. Und andere sagen, das Ganze ist vielleicht auch ein völliges Ablenkungsmanöver. Das heißt, der gesamte Angriff auf Wawchansk dient vor allem dazu, Truppen zu binden. Wir schauen uns nochmal kurz die Karte an, bevor wir in die anderen Gegenden des Landes gehen und schauen uns hier die Situation in Wawchansk an, denn die sieht absolut nicht gut aus für die Russen. Was aber nur bedeutet, dass sie die Stadt eben nicht überrannt haben. Die sieht natürlich auch nicht gut aus für die Ukraine, denn auch die verliert natürlich jeden Tag Dutzende Soldaten in dieser Stadt und von den Schäden für die zivile Infrastruktur ganz zu schweigen. Hier also der Teil im Norden von Wawchansk, der unter russischer Kontrolle steht. Und wenn wir das vergleichen mit dem gesamten Stadtgebiet, dann sehen wir, das sind etwa 30 Prozent. Mehr ist das nicht. Wo auch gekämpft wird, der Süden der Stadt, der ist noch unter ukrainischer Kontrolle. Alles südlich des Flusses, wie ich gesagt hatte. Aber auch dort ist jedes Haus zerstört. Das heißt, selbst die freien Gebiete, selbst die Gebiete, die Russland nicht überrennen konnte, sind eben völlig zerstört. Insofern ist es natürlich für die Zivilbevölkerung relativ egal, ob da jetzt russische Truppen schon drin sind oder nicht, weil man hat eh keine Lebensmöglichkeit mehr aufgrund eben dieser russischen Angriffe. Und was ich meine, wenn ich sage, es ist vielleicht nur Teil einer russischen Strategie, also Putins Strategie ist, wir müssen uns ja einmal den Gesamtkontext ansehen. Das heißt, wir können uns nicht nur Region Charkiv ansehen, sondern müssen uns den gesamten Osten der Ukraine ansehen. Und dort ist es eben so, dass die Russen, während sie hier nicht weiter vordringen, an anderen Stellen durchaus weiter vordringen. Beispielsweise in Donetsk. Hier haben wir Aufnahmen aus dem kleinen Ort Nikthalove. Und wir sehen hier, wie einmal mehr über völlig zerstörten Gebäuden, die Russen geben mir sogar den Vergleich, so sah das Gebäude vorher aus, eben auf einem Satellitenbild, so sieht es jetzt aus, dass auf völlig zerstörten Gebäuden eben die russische Flagge hier gehisst wird und die Russen eben weiter vordringen. Und das ist eine Sache, die immer mehr auch russische Strategen, jetzt vielleicht auch teilweise, weil sie die Situation irgendwie rechtfertigen wollen, aber die sie eben anbringen, dass sie sagen, ja, wir wollten ja Charkiv überhaupt nicht haben. Unser Grund dort anzugreifen war, dass die Ukraine ihre Elitekämpfer in diese Region bringen muss, dass sie ihre Artillerie in diese Region bringen muss. Und währenddessen nehmen wir uns das, was wir sowieso schon seit zweieinhalb Jahren angreifen und haben wollen, nämlich die Regionen Donetsk und Luhansk. Und wir sehen das hier. Und dieser kleine Ort Netalove ist nur einer von dreien. Einer von dreien, der seit den letzten zwei Wochen, seit also die Front in Charkiv zu entstehen gekommen ist, hier eingenommen wurde von russischen Truppen. Das heißt, während wir da oben einen Stillstand haben im Nordosten des Landes, haben wir im Osten des Landes russische Vormärsche, die eben parallel vorangehen und wo die Ukrainer nur einen gewissen Teil ihrer Truppen eben entsenden können, um dort eben die Russen aufzuhalten. Wir schauen uns das Ganze auch auf der Karte an, um die gesamte Situation im Osten des Landes zu verstehen und sehen dann, dass eben die Situation, wie wir gerade gesagt haben, sehr unterschiedlich ist. Hier oben also die sehr kleinen beiden Brückenköpfe, die Russland hier geschlagen hat. Der rechte Wolf Chance, der linke Lipzi. Dort ist die Front relativ stabil. Dort sind es sogar die Ukrainer, die einzelne Straßenzüge eben zurückgeobert haben. Aber wenn wir uns die Situation ebenfalls in Charkiv übrigens hier östlich von Kupjansk ansehen, wenn wir uns die Situation bei Chasifia ansehen, wenn wir uns die Situation bei Donetsk, wo wir gerade Neite Lowe eben gesehen haben, ansehen oder auch weiter südlich, westlich von Nowomikhailivka, dort rücken überall russische Truppen vor. Das heißt, während man da oben die ukrainischen besten Männer und Frauen bindet und auch die Munition aus dem Westen bindet, nutzt man eben diesen Zwang der ukrainischen Armee sich aufzuteilen, indem man parallel eben an anderen Stellen vorrückt. Und natürlich haben wir zum einen die Situation, dass russische Truppen am Boden vorrücken. Das heißt, was wir eben gesehen haben, dass dort Saaten reingeschickt werden, eben in einen, ja wie die Ukrainers sagen, in einen Fleischwolf geschickt werden. Das heißt, die werden immer weiter reingepfeffert und man sieht eben, wer dann überlebt. Ob 90 Prozent sterben oder verwundet werden, ist kein Problem für den Kreml, solange die eben ihre strategische Aufgabe erledigen, nämlich die Ukrainer dort festzuhalten. Wir haben allerdings parallel, das dürfen wir nie vergessen, sehr, sehr viele russische Hightech, die ja eingesetzt wird. Und einen davon sehen wir hier. Das hier ist eine Granat-4-Drohne der russischen Armee. Und diese Drohne ist eben dafür geeignet, sehr präzise Koordinaten für die Artillerie zu liefern, um eben die russische Artillerie auf ganz verschiedene Ziele sehr weit hinter der Front eben auch einzurichten. Wir sehen jetzt hier, wie diese Drohne quasi das Ganze markiert, wie dort auch am Computer natürlich jemand sitzt, das Ganze immer markiert wird. Da wird auch schon sehr viel Computertechnologie eingesetzt und wie dann eben Raketen oder Artillerie oder Marschflugkörper oder was auch immer der Russen dort drauf geschossen wird. Und das sind tatsächlich sehr präzise Angriffe. Und das ist ja immer wieder wichtig zu sagen, kein Widerspruch. Am Boden Leute zu opfern, Leute nach vorne zu schicken, nur um zu sterben und gleichzeitig von oben eben mit Hightech, mit Präzision, ukrainische Ziele, ukrainische Truppen, die sich bewegen müssen natürlich an der Front, um dort hinzukommen, anzugreifen. Das ist überhaupt kein Widerspruch. Und das sehen wir leider immer wieder, dass Russland das eben zusammenpackt, dass man eben die Soldaten am Boden opfert, damit die Ukrainer sich bewegen müssen, damit die eben zeigen müssen, wo sind ihre Positionen, damit sie näher kommen müssen mit ihrer Distanzartillerie an die Grenzen und damit sie dann eben weitergehen müssen. Hier sehen wir zahlreiche russische Artillerieangriffe in Kharkiv, das heißt auch südlich von Wovchansk. Und auch dort ist es eben so, dass die Russen sagen, ja kommt doch, kommt doch zu uns, kommt doch hier nach oben. Wir haben da eh Männer hingeschickt, die wurden da zum Sterben hingeschickt. Jetzt müsst ihr euch bewegen, ihr müsst uns entgegenkommen und wir schauen uns das ganz genau an mit unseren Drohnen und greifen das eben aus der Luft sehr präzise an und töten damit nicht nur viele ukrainische Soldaten, sondern zerstören eben vor allem auch die westliche Militärtechnik. Es gibt da immer wieder Berichte jeden Tag, dass westliche Panzerhobitzen beispielsweise vom Typ Krabb oder vom Typ auch Panzerhobitze 2000 zumindest angegriffen werden. Ob die zerstört werden, ist immer die Frage. Man sieht ja ganz oft danach, dass sie eben sich doch nochmal wegbewegen oder nur sehr kurz brennen während der Explosion und danach das Feuer wieder erlöscht wird. Aber wir sehen ja leider auch, dass viele Ukrainer eben auch mit zivilen Fahrzeugen mittlerweile an die Front fahren müssen, weil sie einfach nicht genug gepanzerte Fahrzeuge haben. Das ist auch eine Erfahrung, die ich selbst gemacht habe in der Ukraine. Man kann es sich nicht vorstellen, wie viele Soldaten in ihren eigenen privaten Fahrzeugen die letzten zehn Kilometer zur Front zurücklegen müssen, weil es eben einfach keine alternativen Transportmöglichkeiten gibt. Das heißt, wir dürfen nicht vergessen, dass Russland eben die ganze Zeit Hightech einsetzt. Dass Russland eben und deshalb gewinnen die Ukrainer das ja auch nicht dort eindeutig, obwohl sie so viele tausend Mann da reinbringen und obwohl sie so viele zehntausend Artillerie, Granaten und hunderte Geschütze aus dem Westen kriegen. Weil Russland eben doch eine massive Kriegsindustrie dahinter hat, die eben parallel zu den Opfern der eigenen Soldaten eben immer wieder auch mit Hightech nachlegen und immer wieder mit massiver Feuerkraft, wie wir es hier aussehen, nachlegen, um dort eben ukrainische Ziele zu zerstören. Und das passiert jeden Tag parallel zu dem, was wir eben gesehen haben. Wir wollen uns weitere Aufnahmen ansehen, die nochmal auf den russischen Hightech belegen und klar machen, dass es nicht nur das Kanonenfutter ist, was am Boden bewegt wird. Das hier sind Aufnahmen aus dem Süden des Landes. Und dort ist es auch Russland, das immer wieder in Kherson, in der Region Kherson, eben die ukrainischen Stellungen, die ukrainischen Städte angreift und es dort geschafft hat, obwohl man, ich schaue uns gleich auf der Karte an, obwohl man nördlich des Zenebri überhaupt nicht mehr eine Präsenz hat, zahlreiche Städte komplett zu entvölkern. Man macht das quasi aus der Entfernung, aus 20, 30, 40 Kilometern Entfernung entvölkert man sämtliche Städte am Denebri und macht damit eben klar, dass wenn wir das nicht mehr haben können, wir erinnern uns, die Russen wurden da 2022 im Ende des Jahres vertrieben, dann könnt ihr das auch nicht haben, dann kann da auch niemand mehr leben. Was wir jetzt sehen, ist eine LMUR-Rakete der russischen Armee. Und wir sehen, wie diese Rakete hier ganz genau eben mit einem, den Anflug auf ein von ukrainischen Soldaten angeblich bewohntes Haus eben vorführt, dass wir eine große Explosion sehen. Diese Rakete ist über 100 Kilo schwer. Das heißt, das sind auch sehr mächtige Sprengköpfe und kann eben 15 Kilometer weit ganz genau auf ein Haus, auf ein einzelnes Ziel eben gerichtet werden. Wir sehen hier, wie die Russen das nutzen, wie sie also sich im Süden immer ansehen mit ihren Überwachungsdrohnen. Da haben sie eh einen riesigen Vorteil, weil sie über ganz vielen Gebieten, Frontgebieten, aber auch bis zu 50, 70, 80 Kilometer weit hinterher der Front sich bewegen können mit ihren Drohnen. Und wir sehen, wie sie es denn hier geschafft haben, wirklich dieses Haus komplett zu zerstören. Das heißt, zumindest das Dach ist da weg und wir sehen natürlich bei einer 100 Kilo schweren, 105 Kilo schweren Rakete, dass auch große Teile wahrscheinlich des Innenraums hier zerstört wurden. Und das ist eben auch etwas, was die Russen parallel machen, wo sie also den Ukrainern jeden Tag Schaden zu fügen. Nicht nur mit ihren FAB 500 Bomben oder noch größeren Bomben, FAB 1500 haben wir sogar gesehen mit 1,5 Tonnen Bomben, sondern eben auch mit diesen ganzen Präzisionswaffen, wo man jeden Tag eben mit Marschflugkörpern, mit Drohnen, mit hier gelenkten Raketen immer wieder Schaden zufügt und somit natürlich auch die Ukraine schwächt und sie davon abhält, eben ihre Truppen zu forcieren und zu massieren und dann eben an einem bestimmten Ort vorzurücken. Wir schauen uns das Ganze auf der Karte an, um zu sehen, wo etwa Lwove, dieser kleine Ort, den wir gerade gesehen haben, ist. Und das Ganze auch, um nicht zu vergessen, dass im Süden auch weiter gekämpft wird. Wir haben uns das sehr wenig angeguckt in den letzten Monaten, weil natürlich die Hauptkampfhandlungen im Osten sind, weil eben der Denebre, auch wenn die Russen ja den Damm hier gesprengt haben bei Nowakachovka, dass der Denebre diese Front hier teilt. Aber die ganzen Angriffe, die wir jeden Tag sehen, sowohl auf Kherson als eben auch auf zahlreiche Städte hier direkt am Denebre, sorgen eben dafür, dass diese blauen Gebiete, blaue Gebiete, die Russland einmal beherrscht hat, wo man dann vertrieben wurde, dass diese Gebiete eben relativ unbewohnbar sind. Das ist für Zivilisten natürlich ein großes Problem, weil die woanders hingehen müssen. Die Soldaten können aber nicht woanders hingehen. Die Soldaten müssen da bleiben und müssen aufpassen, dass die Russen nicht erläutig wieder über den Denebre kommen. Und die Russen können das eben extrem gut überwachen, haben ihre Drohnen, haben ihre Hightech-Waffen, um eben dort immer wieder aktiv zu werden, wie wir es eben gerade gesehen haben. Und dementsprechend eben auch dort immer wieder ukrainische Soldaten zu töten und zumindest extrem unter Druck zu setzen in den Häusern, die sie nun mal bewohnen müssen, um dort irgendwie die Front zu halten. In dem Fall ist es eben dann diese Flussfront. Ein weiteres Thema, über was wir reden wollen und müssen, ist eben die Munition, die die Ukraine in den letzten Wochen bekommen hat. Wir sprechen dort immer von westlicher Munition, vor allem 155 Millimeter Artillerie, aber eben auch Raketen, Marschflugkörper und so weiter. Was aber die Ukraine auch glücklicherweise mittlerweile wieder bekommt, sind sowjetische Waffen, sind alte Waffen eben, die auch aktuell wieder in Mittel- und Osteuropa produziert werden. Und in dem Fall sind es gerade Raketen. Denn wir dürfen nicht vergessen, auch die Ukraine hat, auch wenn sie viele westliche Waffen bekommen hat, immer noch das Rückgrat der Armee, auch zwei Jahre nach dem Krieg, sind eben nicht NATO-Waffen, sondern sind, gerade was Panzer beispielsweise angeht, den T-64 oder so, aber auch was Raketen Artillerie angeht. Es sind immer noch die sowjetischen Waffen oder post-sowjetischen Waffen, die man teilweise selbst gebaut hat, teilweise seit der Sowjetzeit hat oder eben von Russland erbeutet hat. Und das Gute und die gute Nachricht, das sehen wir hier, ist, dass auch da offenbar neue Munition angekommen ist. Und wir sehen jetzt hier, dass einer dieser Gratwerfer, die haben ja 40 Raketen immer drin, dass der relativ gut bestückt werden kann und damit dann eben auch seine volle Kraft entfalten kann. Denn diese Gratraketen haben ja etwa 20 Kilometer Reichweite, sind aber extrem ungenau. Nur etwa auf 100, 200 Meter genau. Das heißt, man muss, und so haben es, ja, so machen es die Russen ja jeden Tag, man muss davon wirklich 40 auf einmal abschießen, damit man den Effekt erzielt, damit man eben dort, wo sie einschlagen, denn in einem großen Feld auch die Vernichtung, ja, die Verwüstung dort anrichtet und dementsprechend auch dem Gegner dort schmerzhafte Schäden zufügt. Und wir sehen es jetzt hier, wie die 47. mechanisierte Brigade einen vollen Gratraketen oder relativ vollen Gratraketenwerfer, auch so ein alter Uraltrak hier an die Front bringt, 20 Kilometer entfernt etwa. Und dann sehen wir es jetzt hier, den Angriff auf Solovyove. Und Solovyove ist ja nördlich von Donetsk, in der Nähe von der Stadt Avdivka, die die Russen erobert haben im Februar, eben der erste Ort, den die Russen eben dort besitzen. Und wir sehen jetzt hier relativ gut, dass da massive Raketen abgeschossen werden. Und hier sehen wir jetzt Solovyove aus der Luft. Eine ukrainische Drohne filmt das Ganze. Und wir sehen jetzt einfach mal die Einstädte. Ich lasse das mal laufen, um zu zeigen eben, ja, einzelne Raketen davon sind ungenau. Aber wenn wir uns die Masse ansehen, ja, wenn wir uns ansehen, dass da eben 10, 15, 20 Einschläge sind rund um die Häuser herum und dass der Todesradius dort ungefähr 15 Meter ist von jeder Rakete, dann sind es natürlich doch sehr, ja, sehr große Schäden, die die Ukraine damit anrichten kann, eben auch mit diesen alten sowjetischen Waffen. Und deshalb braucht sie eben, so komisch das sich vielleicht anhört, deshalb braucht sie auch immer wieder alte sowjetische Munitionen von uns, um eben ihre bestehenden Waffen zu bestücken. Wir wollen weitergehen. Einmal erst noch kurz auf die Karte, um uns das Ganze anzusehen, warum eben Solovyove hier weiter dieses wirklich kleine und völlig zerstörte Dorf, warum das weiter im Brennpunkt steht. Nämlich der Grund ist selbstverständlich, dass das die aktuelle Front ist. Solovyove ist so weit, wie die Russen vordringen konnten, hier nördlich von Avdivka. Was wir gerade gesehen haben, sind eben Einschläge rund um dieses kleine Dorf. Und die Ukrainer stehen weiter westlich, etwa zwei Kilometer, drei Kilometer weiter westlich in Sokiel und versuchen dort, die Front zu halten. Es ist nicht ganz klar, ob Sokiel noch komplett unter ukrainischer Kontrolle ist, aber wir sehen, dass eben diese 47. Milizante Brigade die Front hier relativ gut hält, dass man ja den Russen ja auch schon weiter südlich hier, wir erinnern uns beispielsweise in Berduschi und anderen Orten, riesige Verluste zugeführt hat den Russen. Das sind hunderte Fahrzeuge und tausende Soldaten, die dort gestorben sind, nachweislich mit Videos eben erwiesen. Jetzt ist man etwas weiter nördlich. Man weicht hier sehr, sehr langsam zurück und versucht eben den Russen jeden Meter, jedes Dorf so teuer wie möglich zu machen, während sie eben vorrücken. Wir wollen uns ein weiteres Video ansehen und zwar ein letztes Video, beziehungsweise gleich mehrere, die uns einmal zeigen, einmal mehr zeigen, einen fast unvorstellbaren Fehler, den russische Soldaten immer wieder machen und wo sie deshalb immer wieder Panzer verlieren. Ein Fehler, den man sich einfach nicht erklären kann, aber der trotzdem täglich passiert und immer wieder zur Zerstörung von teilweise Millionen Euro teuren Panzern führt. Nämlich, ja, so seltsam es sich anfühlt, sie lassen die Luke auf. Wenn sie einen Panzer verlassen, wenn sie rausgehen müssen, weil sie immobilisiert sind, weil sie über eine Mine gefahren sind. Hier sehen wir es beispielsweise, hier ist also wahrscheinlich die Mine explodiert, der Panzer ist dann auch fünf Meter weiter gefahren, ist dann zum Stehen gekommen. Die Besatzung ist geflüchtet, ist also wieder zurückgerannt. Das machen die ganz oft. Man rennt dann immer die ein, zwei Kilometer wieder zurück von da, wo man hergekommen ist, lässt aber den Panzer natürlich da stehen. Und wir sehen, das ist eine dieser Panzerschildkröten, die eben extreme große Panzerungen noch zusätzlich da außen rum haben. Da steckt also ein T-72 drin, darüber ist gebaut eine eigene Garage. Die einzige Chance, die die Ukrainer haben, so einen Panzer, der so gut gepanzert ist, zu zerstören, ist über eine offengehaltene Luke. Und wir sehen jetzt hier den Anflug, und zwar den Anflug auf die Luke des Fahrers. Und hier sehen wir die Luke und da sehen wir den Deckel. Und der ist einfach offen. Und weil der eben offen ist, können die Ukrainer mit ihrer sehr kleinen Drohne, die sonst große Probleme hätte, wir sehen ja überall außenrum, auch ich hoffe, man erkennt das hier, diese Panzerung ist ja tatsächlich außenrum. Das ist ein Haus quasi, was um den Panzer gebaut ist. Und nur an dieser einen kleinen Stelle schaffen es die Ukrainer, irgendwie reinzukommen mit ihrer Drohne. Und wir sehen es jetzt, die Drohne geht ganz genau hier in die Fahrerkabine und dadurch explodiert die RPG-7-Granate drin und der Panzer fliegt in die Luft. Das wäre sonst fast unmöglich gewesen, weil eben die Russen ja eigentlich dafür gesorgt haben, dass man diesen Panzer eben nicht zerstören kann. Und das gilt nicht nur für den, sondern das gilt für hunderte Panzer, was wir in den letzten Monaten gesehen haben. Nicht nur Panzer, auch BTR und BMP, also auch Schützenpanzer und Mannschaftstransporter. Aber immer wieder sehen wir diesen einen Fehler, dass entweder die Luke des Fahrers oder die Luke des Kommandanten dann oben auf dem Turm, dass die offengelassen werden. Und das Ganze passiert nicht nur bei diesem T-72, den wir hier sehen, der eben zu so einer Art Panzerschildkröte gemacht wurde, sondern es passiert auch in diesem Fall, weil derselbe Fehler gemacht wird, bei Russlands modernsten Panzer und zwar einem T-90M, den wir hier sehen. Und der wurde eben auch eigentlich so hergerichtet, dass er überall massive Extrapanzerungen hat. Ich hoffe, man kann das hier erkennen. Hier also die Panzerung, die oben rauf gebaut wurde. Hier übrigens wahrscheinlich eine ganz ähnliche Geschichte, wie wir sie gerade eben gesehen haben. Hier also die Mine, die explodiert ist. Hier die kaputte Kette. Wir sehen das hier, die liegt so ein bisschen daneben. Der Panzer kommt dann zum Stehen. Die Besatzung geht raus, verschwindet, rennt weg. Und was macht sie erneut? Sie lässt die Luke offen. In dem Fall ist es der Kommandant, der eben oben gesessen hat, nicht der Fahrer. Die Luke wäre da vorne. Und auch hier sehen wir relativ eindeutig und gut zu erkennen, dass, jetzt sehen wir es, dass also das hier die Öffnung ist, die geöffnet ist und dass hier die Luke ist, die man einfach nur zumachen müsste, um diesen Panzer nach zwei, drei Tagen wieder sicher abzuholen oder eben, wenn man vorgerückt ist, wieder zu evakuieren. Nichtsdestotrotz, aus Gründen, die nicht klar sind, lassen die Russen diese Luken offen. Wir sehen jetzt hier die kleine Mini-Drohne. Hier unten sehen wir sie, den kleinen Anflug. Die kommt da rein, hat wiederum eine Granate an Bord. Und obwohl es keinen besser gepanzerten Panzer gibt bei den Russen, kein Standardpanzer, ist es so, wenn man drinnen ist erstmal und die Panzerung gestoßen hat, weil man einfach durch die Luke reingekommen ist, dann ist es relativ einfach und dann brennt auch ein T-90M relativ schnell. Das Ganze also ein Fehler, von dem man nicht weiß, warum die russischen Soldaten ihn hundertfach begehen und immer wieder begehen. Wahrscheinlich ist es die Panik einfach in dem Moment, wo man eben den Panzer verlässt. Man wundert sich trotzdem, ja, weil einem ja sogar die Schwerkraft hilft, wenn man das Ganze wieder zumacht, warum das so oft passiert. Insofern Glück für die Ukrainer, dass russische Soldaten diesen Fehler immer wieder begehen und dadurch hunderte Panzer, allein der letzte 4 Millionen Euro Wert von den Ukrainern zerstört werden konnten.